Hallo everybody, nun stehe ich vor der Dom, Erfugger Dom, ja, ich zeig euch mal. Der Dom, Erfugger Dom by Night, guck mal was ein riesen Eis, hat jemand einen Schneemann gebaut, Leute, hier. Um Erfugger Dom herum, seht ihr ja ganz viele Fachwerkhäuser, historisch. Oh, der Dom ist ja riesig, Leute, riesig. Hier, ich stehe hier, wow, ist voll kalt. Der Dom, Erfugger Dom by Night, guck mal was ein riesen Eis. Hat jemand einen Schneemann gebaut, Leute, hier. Um Erfugger Dom herum, seht ihr ja ganz viele Fachwerkhäuser, historisch. Oh, der Dom ist ja riesig, Leute, riesig. Hier, ich stehe hier, wow, ist voll kalt. Oh, das ist ja riesig, Leute, riesig, riesig, riesig. Sehr schön. Ai có thời gian tới Erfugger? Tới đây thăm nha. If anybody have time to visit Erfugger, come here and visit Erfugger. Okay, all of my love. See you later, Alligator. Bye bye. Happy New Year. He he he. He he.